Beim neuen Part von Rainbow Six Siege Wir sind hier auf der Schwanzlischer Basis mit im Modus Geisel Der Junge hatte ne geile Idee Hellas zusammen Ja C4 Party Der Einzige, wo ihm das gar nicht springt Okay, die sollen erstmal los jetzt Neu! Die machen erstmal C4 Party Die machen erstmal C4 Party Die müssen sich zu ner Geisel entstellen Messer die Geisel Messer die Geisel Kill die Geisel Kill die Geisel Kill die Geisel Die schieße sich die ganze Zeit gegenseitig an Da liegt so viel Blut Kill die Geisel los Kill die Geisel Er ist down Rook ist down 70 life Oh man, die sind ja richtig unfil Was? Ja, definitiv ne Part ne Er hat voll Meine Anmod hat wieder Meine Anmod hat wieder Prestige ey Jawoll Was ist denn da passiert? Meine Anmod hat wieder Prägel 16 2 27 Ok, das erklärt zu einiges Ja Wo oben? Keine Ahnung Entweder zweites oder viertes geschockt Du weißt du was da oben ist Er ist nach oben gelaufen Sollte ich gleich mal für ne Runde gesehen Alter, er führst den Geisel Raum Wow Wow Nicht im Ernst Wir haben die Runde verloren Ok Super Ja Ja Du bist der Spass Alter Alter Man Ok Ihr macht jetzt alle Tab Ihr macht jetzt alle Tab Und Tut das Ja Alle Nein Was? Was willst du? Was? 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 Das kann ich eigentlich nicht Das schenken die uns die Runde und der Fuse in den Geisel Raum ey Dummheit hat einen Namen Rocket 420 meine Freunde Willkommen in den Bernie Club Ey ich hab den vermisst Ich kann gar nicht Ich kann Carsten nicht auswählen man Die Behinderung Aber wir haben nachbekommen Ist er zu? Wow Aber der steht sehr gut Ja weil er sich nicht mehr rechts auswählen konnte Das ist ja wie keiner Boah so viel Inkompetenz in einer Runde Die können sich alle gegenseitig Und das war Mauro von denen Die wollten uns in Sicherheit wiegen So wie wir gefeiert haben Und dann BAM Aber das war er Das war dieser Lappenmann Da war einer im Geiselraum Und den hat er toll geführt Und auch die Geisel mit Oh meine Güte Was ein Spaß alter Was so halt mit hinten Meine Damen Meine Damen und Herren Ihr habt es gehört vom guten Sub 2K Soll ich oben review Ich mach oben Soll ich oben Ich mach oben Okay Machst du hier bei der Karte hingucken wo ich rausgehe Okay Schnell Habt schon stößende Punkte Alter Alter Wie gescrewt wurden von dem eigentlich schon Okay Schön ja doch Kind das Mal wo ich ihn reinforce muss Da Ich weiß sogar auswählen wo ich hingehen muss Ja ist gut Gut Einer fehlt noch Rüstung Ich hab Aufpassen über dir du weißt Na ja Die müssen sich ja anklicken Mal da wie die Zeit zum Wechsel Kameras werden richtig nice Rupert du hast Rüstung oder? Nein Freund ich Ich bin dabei Ich kann auch noch fast gucken Ich glaub ich bin sogar besser als du Von der Position Von der Position Weißt du Einfach so aus dem Kontext Ich glaub ich bin besser als du Das ist echt so ey WTF Daniel Du Daniel Mit Von der Position Hey Daniel hat in letzter Zeit nachgelassen Du hast du Bescheid Daniel Dann habe ich noch Hier Lokalisiert Hallo Guck guck Ich siehst die Cam nicht Guck guck Ja komm mal her Guck guck Und in your frame Schade Kommen wir auch noch mal? Ne Schade Will nicht mehr spielen Müller zurück Ich fehle nicht mehr Ja die sind im Nebenraum jetzt Oh oh Du solltest mal rauskommen aus den Camps Ja Solltest ihr Dann auf dem Nebenraum schauen Was hab Du schießt von oben glaube ich oder so? Da wurde aufgemacht. Einer ist im dritten OG. Er hat einer auf die Geisel geschossen. Einer war im dritten OG. Den haben wir weggecountert. Hier, schaut auf den Nebenraum, Jungs. Aha. Sledge hat schon ordentlich gefressen. Ja, einer hat irgendwo eine Sprengscheiße platziert. Sledge hat ordentlich gefressen. Ah, ja, Drohne rein. Die Gegner haben sich auch verletzt. Nice. Sehr schön, sub. Oh, äh. Okay. Ich würde trotzdem keiner, nur einer von uns trennen sollte auf... Hätte ich mal mit Smoke machen können, hätte ich mal mit C4 aufheben können. Na ja, gut. Jakob, ich glaube, du hast die beste Position noch gemacht. Ja, ich schaue auf den Hauptdenkern. Ein Gegner verbleibt. Nice. Nice. Jetzt haben wir auch wenigstens damit Kompetenz. Ich muss auf C4 aufheben. Na, wo ist der letzte letzte? Da ist der letzte. Da. Da? Okay. Na. Der hat das Spiel verlassen. Der ist... Nee, er wurde aus... Vor mir hat er das Spiel verlassen. Cap, er wurde aus dem Match entfernt. Schade, ja. Ja, er wurde aus dem Match entfernt. Steht aber glaub ich. Ja, aber er ist raus. Er war vor mir. Das ist der letzte Überlebende. Komm, lass mich uns rausschmeißen. Was sind denn das für Runden hier? Keine Ahnung. Alter. Strangest Game. Okay, der spielt einfach Rekrut weiter. Gut, er ist ein Hacker anscheinend. Oder war der jetzt... Obwohl, nee. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Level 48. Willst du Fuse spielen, Daniel? Nee, nee. Alles safe. Willst du den Rocket machen? Ja, ich weiß. Nehmen was anderes. Ja! Nein, Fuse ist schon mal so gut gespielt. Nein, Timothy. Ja, Timothy. Sehr guter. Ist jetzt übrigens im Team Ringkampf. Ah, cool. Wann vom Ausrüster unter Vertrag genommen. Ja, Timothy war auch der Erste, den ich gemeint hatte. In Rainbow Six. Den hatte ich schon einen Terroristen, der auch nur gemeint mit. Greetings von Germany to Timothy Geisel gekillt und gelebt. Der wurde wegen Team Eliminium gekillt. Ja, weil er die Geisel gekillt hat. Okay, 2-1. Ähm, ja, okay. What the fuck ist das denn hier? Das ist die weirdestste Runde. Das ist die strangeste Schamble-Sexiege-Part ever. Ever. Weißt du, wenn ich anmoderiere, verlieren wir oder so, dann schweiß es passiert. Jetzt gehen wir zwei Gegner. Und jetzt killt Johnny, die Geisel oder so. Das ist die merkwürdigste Siege-Runde ever. Guck, warte irgendwie eine komische Auge. Ja, ich sag. Ich bin auch komisch. Äh, sag mal nett. Äh, äh. Okay. Liebe Zuschauer, nicht ernst nehmen. Doch. Nehmt das ernst nehmen. Das stimmt so. Oh Mann, zieh mir dann diesen Schluch. Ich mach's, äh. Ich mach's, äh. Ich mach's, äh. Ich mach's, äh. Ich mach's, ich mach's. Ah, guck, ich mach's schon. Ah, find's nicht mehr. Nein, der kommt rein! Oh doch nicht, der ist ein Mewtwo-Found. Du bist so ein Name, man. Was ist das? Ich geh wieder auf den Spot, der war ganz nice. Ja, komm, dann mal so machen. Soll ich von oben reinfüllen? Ja, komm. Ja, ganz nice. Gegen zwei Mann. Es bleiben fünf Sekunden. Ich mach's, ich mach's, ich mach's. Ja, ich will's. Ich mach's, ich will's. Eine Rüssi fehlt. Grüß Gott. Johnny, der ist glaub schon im Recke-Rand gewesen. Was, äh, Johnny Gorgonzola? GD D'Agostino? Alter, wieso tess ich mich selbst die ganze Zeit? Bin ich behindert. Ja, weil du nicht, weil du special bist. Ja, das ist vielleicht special. Du bist halt special, auch deine Mutter auch. Oh, die sind wieder da hinten gespawnt. Ey, Koba, sei es, die ist positiv. Äh, du bist da. Oh, einer geht, einer geht aufs Dach hoch erstmal, okay. Du bist special, sie ist negativ, du bist special. Einer ist auf dem Dach. Okay, cool. Hui. Mal lieber wo der andere ist. Ich seh's auf den Camps nicht mehr. Draußen ist alles kaputt. Da ist was kaputt. Sind wir wieder neben, Raum? Irgendwo ganz oben ist Klippel. Oder war das jetzt bei uns hier? Jetzt hat jemand eine Schmittergranate hier reingeworfen. Hinter dir, Kopa. Hinter dir. Da muss ich mal aus der Camp rausgehen. Kopa, geh mal aus der Camp raus. Hinter mir sehe ich da. Ich sehe, was hinter mir ist. Aber da hat's geknallt irgendwo. Nee, ich hab doch gesagt, da hat jemand von außen eine Schmittergranate reingeworfen. Ja, jetzt die Tür ist hochbegangen, Kopa. Ja, das war von außen geashet. Ich seh das doch alles in der Kamera. Ich sag doch, ich seh alles, was hinter mir passiert. Calm your tits, boys. Ich mein ja nur. Aber weiss denn. Okay, wunderbar. Ah, das ist Ash und Recruit. Oder hat... Nee, Recruit. IQ, IQ. Das war die IQ-Waffe. Ja, ich mein, ein Recruit hat diese Waffe anscheinend gehabt. Kann er Recruit jede Waffe haben? Das ist, glaub, zufällig. Okay. Ja, manchmal hat er einmal die Twitch-Waffe, einmal hat er die Ash. Ash ist auch da. Ash kommt auch an den Eingang. Okay. Ja, ich kann's sehen, wenn ihr aus dem Zimmer rausgestürmt kommt. Ich guck auf den Main-Eintrant. Jetzt ist nicht einer direkt hinter die Geisel legen. Ich guck Kameras, Kopa. Geh raus. Dann schau ich hier. Ja, ich guck doch. Guck ich doch. Okay, wartet, wartet. Muss da nur rausgehen. Da ist was hinten. Schon da. Ja, ja, ich guck auf den. Ich hab einen schönen Spot hier, um zu gucken. Alles gut. Ich sag euch Bescheid, wenn die kommt. Die Alte. Na, Kopa. Vorsicht, du. Warte, was meint ihr denn immer? Kock-Alde oder sowas? Irgendwann hat das so ein Graf war. Ja. Das war geil, ey. So, what the fuck. Hat der nicht sogar auf Facebook irgendeinen eingeladen, der Truppe? Ja, mich hat er dazu eingeladen. Die haben klub schon eine Steam-Gruppe. Ich hatte er dazu eingeladen. Also angenommen, ne? Ich glaube nicht. Hey, Junge, kann ich da wieder in den Kars vor hinten setzen, oder was ist die da? Nö, die ist nicht drin. Die läuft hier draußen noch rum. Mach schnell. Ich konnte da so schön rausgucken, Kopa. Ich könnte Kopa so einen guten Headshot geben. Boah, ich glaub, die ist so gut im Haupteingang. Ich wollte, dass die da reinkommt. Hold on. Soll ich C4-Party mit Daniel machen? Ja. Werf doch einfach deinen Smoke auf, Kopa. Ja, auf die Geisel. Ja, das war auch großartig. Auf die Geisel, ne? Der hat die Geisel damit doch gekillt gehabt, ne? Ja, mit dem Smoke. Den Experten hätte aber zu der Runde hier auch gepasst. Wie gesagt, das ist die strangeste Runde ever. Die hat die nochmal Ash? Wiss ich gar nicht. Ansonsten kommt sie ja gar nicht mehr rein. Wer hat mit der Drohne jetzt rein, Kopa, da wo du gecastet hast? Wobei man ja sagen muss, jetzt hier in der Runde hier ist jetzt noch kein Abfuck passiert. Ne, außer dass wir gegen zwei spielen. Na gut. Die Sprengmatten hat, falls sie kein Ash mehr hat. Nein, die hat kein Ash mit, die hat schon zweimal aufgehashed. Kopa, aufpassen, wenn du aufstehst, dann haben wir ja gewonnen. Ne, die kann zehnmal draufschießen, aber in der Zeit schafft ihr das. In der Zeit gehe ich runter und knall ihre Füße ab. Kopa, du frisst ihn gerade voll ins Schussfeld. Achso, egal, hold auf. Wir haben gewonnen, ja. Die kommt jetzt Treppe runter, da. Die kommt jetzt erst Treppe runter. Ja, ob der eine schaut unter die eine Kasse, wann ich schon unter die Kasse war. Oh, Drohne zerstört. Die gewonnen. Ihr habt gewonnen. Sie wirft Drohne mit zehn Sekunden über. Ich hab keine Ash mehr. Jetzt ist sie im Nebengang, Kopa. Kannst du killen? Kasi! Zap, Kasi! Hast du die killt? Ne. Lappen. Ist trotzdem deine Folge. Scheiße. Die ist erst bei null hergekommen. Deswegen ging das nicht. Ist doch deine Folge. Scheiße. Gay. Drei. Wow. Wegen einem killen muss ich den zu hochladen. Nein. Nein, das ist ein killen. Yes. Und. Alter. Ne, das ist Part sie. Oh, das wäre so geil, wenn das Part 100 gewesen wäre. Aber das ist Part 97. Geil. Tja. Grandioser Port. Leck mich am Arsch. Haben wir geiles Gameplay gezeigt. Wir haben auch schon einen Folgen-Titel. Gay. Gay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.